so da einen wunderschönen guten abend und willkommen zum item shop am dienstag der heutige gegenstand den preis seht ihr bereits oben links für 500 games kostet das gute stück das ist die hunde der pfeife basen g basen g basen g keine ahnung ist keine phonetik dabei ist das ist ein kleines spielzeug damit können wir einen hund rufen der so sieht der gute aus so der läuft die ganze zeit um wir können mit unserem hund spielen und ihm tricks beibringen und wir können mit ihm einen lecklichen geben und wir können ihn wegschicken also das machen wir mal so jetzt ist der hund wieder weg rufen wir ihn wieder her und wir können ihm also er lernt neue tricks mit der zeit so jetzt habe ich trainingsbereitschaft so jetzt habe ich ihm stöckchen holen beigebracht ok und er bringt mir das er bringt mir zurück das ist viel zu süß und item shop also der gegenstand ist eine kleine hundepfeife mit dem wir ein hund herbei rufen das gute kostet 500 und er lernt tricks ja schauen wir mal was wird noch können also wir können bis zu neun tricks ihm beibringen also das wäre jetzt nur die kurzvorstellung ich werde es nicht den ganzen item shop so lange machen bis wir alle neuen tricks zusammen haben da kommt auf jeden fall noch ein kleines video nachher heute abend oder morgen wo ich alle tricks wenn ich sie alle mal freigestalten habe euch dann zeige aber ja süßes kleines spielzeug schicken wir den hund wieder weg das finde ich cool das finde ich richtig gut also 500 games kostet das gute stück ja ist ab heute verfügbar kritik gerne in die kommentare ansonsten liken und abonnieren nicht vergessen rechts kommt ihr zum nächsten zum letzten item shop watch vom letzten dienstag und links zum podcast der vergangenen woche an uns wünsche ich noch einen schönen abend gang und 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 Untertitelung des ZDF, 2020